Das möchte ich auch jetzt in aller klarer Deutlichkeit sagen, das war immer dem Humanismus verschrieben. Weil das jetzt auch irgendwie so komische Tendenzen annimmt, dass plötzlich der Austropop sehr oft verwendet wird, um irgendwelche rechtspopulistische Scheiße rauszuhauen, dass irgendwelche Wirtshausmusikanten singen Georg Danzer und gehen dann heim auf Facebook und tun dann auf rechtspolitisieren, auf wirklich menschenverachtend, wo ich mir denke, das ist wie wenn ich jetzt in Georg Sandkrab gehe und da drauf spucke. Das ist eigentlich eine Frechheit. Ich persönlich würde Rassisten jetzt gar nicht explizit als Arschlöcher definieren, sondern einfach als Deppert. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich glaube kein einziger Satz aus dem Text ist von mir. Also das sind nur Zitate, das sind Facebook-Zitate zu dem Thema von einschlägigen Seiten. Ich glaube, wenn man den vielleicht sonst nicht spielen wollt, den Song, weil er vielleicht ein bisschen zu hart ist, sage ich jetzt, dass der Rassisten.